Moin moin der Süchtigen und draußen ist der Zeichni Chris, willkommen zu In Sound Mind einer kleinen Horror Game Demo das ist von den Entwicklern von Nightmare House 2, falls es für jemand was sagt das war damals ein Half-Life Mod, die ich sehr gern gemocht habe und da war ich noch ein bisschen jünger, ja das hat etwas angerichtet in meinem Kopf und ich hoffe es wird wieder genauso gruselig weil die haben es echt drauf einem Angst zu machen, die Devs das wurde bei der PC Gaming Show vorgestellt und seitdem habe ich es installiert und ich dachte zur Abwechslung, ein bisschen Grusel könnte nicht schaden habe es noch nicht gezockt und würde sagen wir, ja spring da jetzt rein und ich hoffe ich mache keinen Fehler sonst ja, wird es bald ein Herzinfarkt bei meinen verstopften Arterien das erste Standalone Game von den Entwicklern Sie sagen, Curiosity killed the cat Ich killed the cat Curiosity only brought her to me das erste Standalone Das ist für heute am nächsten Mal Oh, okay. Basement Floor. Das kann ich dir nicht sagen. Oh boy. Notice, Catastrophe. Forget everything. Life as you've known it is now the window. All indicators are indicating. Stay inside. Okay, into the Atom Bomber, oh the Corona. I take it. Okay, Inventory. Health, Speed, Stamina and Stealth. What the fuck? Let's get up. Okay, I regret. My head is stronger. I can probably break this. I can probably break this. Alles klar. This will come in handy. Wie kann der überhaupt von der Seite pieken? Da ist eine Wand. Lässt du das mal? Was machst du da? Oh, it's locked. There's a keyhole. This workbench is available to all tenants. Use it however you'd like, but no, I'm not responsible for any injury you might inflict on yourself. It's on you to be safe. Super. I can probably assemble something here. Na gut, ich hab aber nix. Batterien, okay, die adden sich auf die Prozent der Lampe und ein Schlüssel. Wird irgendwas Böses getriggert? Ich hoffe nicht. Okay, erst mal interagieren damit. Enduren. Enduren. Laundry, Noderskern. Notice, any items left behind will remain there. People intend to forget things down here. I've learned not to throw anything away. Things ain't going nowhere. Super. Wird das jetzt nicht verschwenderisch? Hm, ja, über 100% geht nicht. Na bitte platz nicht runter. Ich hab noch gar nix. Nun, i vasust. Tenants, some of the wall doors have been short-circuiting. Fortunately, the Fusers they use are universal. Still, if they act up please don't try to fix it, call me. Okay. Ich mach mal noch nichts Puzzle-mäßiges Das hört auf mit mir zu spielen, alter Dieses Mistviech, alter Fast tonight increases your speed every three pills Collect all pills in the basement, okay Also ich bekomme, ach das sind die Upgrades Drei Pillen, damit ich jeweils wo besser wäre Ja gut, dann muss ich jetzt halt die Nehmen Oh Gott, Alter Wie cool ist das denn? Ich wollte schon sagen Das letzte Mal wäre nix It's the grip piece of a pistol Ach komm, ihr könnt mich doch nicht so baiten Gut, dann setze ich's mal hier ein Oh Gott, kriege ich dann auf den Sack Ja Durchaus Er war schon wieder hier Nothing good Wärts für ihr upstairs If I were you, it geht nice and comfortable down here This elevator button is missing Nothing B Ich bin beim Basement Zwei Ich hätte jetzt bestimmt was sehen können Auf dem Floor Explode top floor Du hast 15 HP Okay Ja gut, klar, weil Der Aufzug mir weh gezahnt hat Hab ich voraus gesehen Piekt ja da schon wieder da hinten Ja, da ist er 100 Pro Oh, das ist ne Katze Mit nem Schwanz wedelt Ich seh's grad schwer Ein Smiley Umgedreht, okay Ja, die wollen mich da hinleiten Oh Scheiße Was tust du denn Kitty Cat Cooles Intro Ich kenne euch Okay Ich dachte schon Alles überflutet Holy fuck Das schaut doch aus wie Öl Null Oh boy Speicherpunkt Your home Okay Meier Pharmaceuticals Dear Resident We at Meier Pharmaceuticals want to take the time and thank you for your continued support in our company Ja, okay Ja, okay Wir sind ne Firma Wir unterstützen irgendwas pharmatechnisches Vielleicht nehmen wir Pillen Äh, was ist ja ne Wir haben genug Oh fuck you Das war's worth a shot Desmond Ich hab noch kein Gerät Bilden helfen Emergency Podcast Habe ich den Klo-Schlüssel Äh, den Schlüssel hier oder so Fuck diese Sounds, Alter Noch nix passiert, aber sie bauen das wahrscheinlich auf Desmond Ach, das ist sein Tape, ja Notausgang Tenants Der Miltonhaven Building Department Has restricted access to this rooftop To those who are renting Ich würde leidig rooftop access by an apartment Also nur für Leute, die hier Miete zahlen Mein Büro Hä Was hab das alles uns gehört There he is Long have I waited for this moment To watch as you scramble for your last breath As you try to make sense of your reality And the gravity it carries Pulling you down Oh, I can't contain my excitement I will have you Desmond Wales I will have all of you Fuck off It's my tape player Ach Okay, verschiedene Tape-Schlüssel haben was ist jetzt passiert habe ich die zeit zurückgedreht oder was was habe ich gemacht es ist lockt irgendetwas muss ich bekommen haben jetzt muss trömm bleiben Oh shit. Das ist ein Tape, wow. Es beginnt zu machen, ich glaube. Meine eigenen Gefühle von Angst und Angst sind ähnlich zu den von meinen Patienten. Meine Patienten. Die sind wie Fliege. Die sterben. Oh, poor Virginia. Ich habe das Gefühl, man wird hier gar nicht raffen, was er braucht. Interessante Mechanik. Sich Erinnerungen anzuhören, wenn das weiterverfolgt wird. Oh, oh, oh. So, Schlüssel, bitte. Ich muss weiterkommen. Hi. Tanya? Wie? Ich meine... Hi. Ich habe einen witzigen Tag. Ist alles okay mit dir? Okay. Typisch. Elevator, Bart. Dankeschön. Good Kitty. Oh. Good Kitty. Und wann beißt sie immer deinen Arm ab? Good Kitty. Good Kitty. Zu der komme ich jetzt nur, wenn ich absolut Angst bekomme. Tonja und Tonja. Aha. Cool. Oh, da ist das eine Taktik. Mich in Sicherheit wiegen. Wegen der Katze und dann... Okay, mach ich. Okay. Wir gehen. Ich kann schlipp uns in den durch. Ich weiß, dass ich das kann. Das war's für heute. Irgendwas hat ja nicht funktioniert, glaube ich. Da fliegt doch den Boden durch. Wie gruselig. Ein Bug. Main floor. Ich brauche was, um die Wands im Basement zu zerstören. Ich werde das nicht vergessen. Ich schaue da aus wie ein Ghoul. Uncle Wix schlaftee. Plus 18. Oh nein, sorg nicht. Ich muss irgendwann die ganzen Tür zahlen. Dazu zählen. Ja, da gehe ich sowieso nicht rein, oder? Police? Nein. Ich muss das nicht gelöst werden. Utilität. go around and pick it all up for me slide top floor above the vending machine barrel first floor maintenance room taped under the table grip basement behind the middle laundry machine ach das habe ich ja schon gefunden im basement das hätte ich jetzt erst machen müssen ok sehr schön ja dann hole ich mir das mal eben bevor ich oder gucke ich hier noch weiter nee ich gehe zurück augenblick first floor maintenance room wie komme ich hier in den maintenance room ich schaue nochmal in den top floor wird es ja sein ich möchte ab auf der wendigen machine und und So, Mr. Desmond-Wales, Sorry, Dr. Desmond-Wales. Tell me, what good is a PhD if the world around you is crumbling? I'd like to see you put your head to the test. I won't lie though, I'd much rather see you die trying. I'll close it. Extra WhatsApp-Kabel. Wahrscheinlich muss ich mich hier verstecken oder so. It's a basement workbench. Oh boy. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. I've added the pistol grip. I've added the pistol barrel. I've added the pistol slider. Old and reliable, I think I've seen it before, Sam. Ach, Tschüss. Let's use this. Can I close it? Now I'd like to spend it. But... I don't know if I can close the lift. So if I run away, why can I run away? So.. Now we go. Not an enemy Thing is... Guck, well. Change the Sabbath to seeing the tower. Oh love. If we...? Uh, bring it. I need something sharp. Virginia's home. Looks like it can be cut. I understand. Dearest, I've resorted to writing you letters because you won't answer your phone. I'm surprised not to hear the answering machine we bought you, come on. Is it broken? Your father insisted we send you money for the electric billet, though you know I love you and will support you. I do not want to encourage you begging us for money every other month. You need to find something more lucrative, selling your toys is too niche. You were always such a personality, maybe you could use that to your adventures somehow. Mom, Dad und Freddy. Entweder haben die ein Kind, oder der Ehemann ist ein Kack. War da nicht gerade ein Glas markiert? Nee. Okay. Tape. Virginia. Listen to Virginia's tape. A linen by Virginia Rule. She cloaks the knife with pretty linen and presents it as a gift. She cloaks the phrase, we pretty women sending me away adrift. Her dreams are dead, so please take mine. I wonder how she sleeps at night. My dreams are nightmares, stuck in time and... A linen damaged by her knife. Don't stay in bed. Er, we seem to wake her with my friends. Is not fine. Don't stay fit. It's not gonna show you this... Don't stay at night. Jicp it like I'm an addict. I want something to go home, maybe someone 보지 is a unnecessarian thing. local boobs... Irgendwas sagt mir Ich bin echt beeindruckt Was? Kann ich das Spiel durchspielen ohne heranzugehen? Ich habe ein Gefühl, eine Höhung, wenn du möchtest, dass nach Virginias Mord in einem ähnlichen Feind Oh, nicht verstanden! Ich möchte, dass du sterben Aber vielleicht nicht so früh Versuch nicht, sich mit dem Pistole, den du gefunden hast Doch das wäre ziemlich lustig Oh, müssen wir da jetzt irgendwie Sneaken Ups Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe mir viel Geld und Essen aus Edens Grove für meine ganze Leben Sie haben mich einfach okay mit dem zu verändern und mich zu schrauben an ihren Ort? Das macht mich wirklich schuldig! Am ich verrückt? Ich bin verrückt, richtig? Du bist nicht verrückt, Virginia Und während es vielleicht ist ein bisschen unveränderungsvolles Veränderung Es gibt wirklich viel du oder ich oder jemanden hier zu tun Businesses kommen und gehen und Edens Grove ist nichts anderes Alright Alright Ich weiß, ich... Entschuldigung, ich... Was, wenn es mich überrascht? Du wirst überrascht. Okay. Du kannst immer kenne, wenn du mich brauchst. Vielleicht hat sich eine Supermarkt-Phobie, wer weiß. Wurde, sie arbeitete im Einzelhandel und hat ein bisschen PTSD bekommen. Oh boy. Oh nein, wo bin ich denn jetzt? Oh nein. Due to an earlier incident, Homearmat is temporarily closed. Was für ein Inzident? Meine Fresse. Irgendwas sagt mir, dass die ganzen Tapes mit Dinger, die man zerstören kann, nicht in der Demo sind. Ich wüsste ja nicht, was mir die ganzen Stats alle bringen würden. Es ist ein Lock mit einem Coinslot. Achso, ich muss die ganzen Coinsumobiles auch essen. Mein Schloss. Und da ist was drin in dem Einkaufswagen. Das ist ja auch eine coole Sache, was zu verstecken. Okay, ein Supermarkt. Ich kenn mich in Supermärkten aus. Ich hab tausend Spielstunden im Edeka. Okay. Is it me or do these doors know when I'm not looking? Call the door guy and have him fix it ASAP. I'm up to my ass with paperwork because of this investigation. Is it me or do these doors know when I'm not looking? Oh shit. Oh shit. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Ich will ihre Zeit schinden gerade. Hier könnte man sich jetzt so schöne Shortcuts machen. Der Remeed, Eil 1, 2, 3. Ines, hey Ines. Officers, for your safety, use extra caution, stepping behind the yellow tape into the crime scene. There's plenty of broken glass and sharp objects. Ines, du bleibst bitte da stehen. Also, hier ist er. Alter. Hey, cool. Hey, cool. Alter, ich oerke, bitte lass mich in Ruhe. Dave. Spiegel. Er hat sich wieder bewegt. Alter, bleib da stehen. Okay. Da ist ja eine Spiegel. Wow, das lag, okay. Oh cool, coole Mechanik. Ach das sehe ich wo die Spiegel sind oder was? Oh cool, okay. Das ist eine Spiegel, nicht funktioniert. Look at me. Die Spiegel sind die Spiegel. Die Spiegel sind die Spiegel. Das habe ich verstanden. Ich weiß das wieder absolut nicht, ey. Ich muss wieder Dings finden. Das war ein Dollar. Okay. 12.50. 15.00. Das war 1 Dollar. Das war 3 Dollar. Das war 1 Dollar. Das war 3 Dollar. Das war 3 Dollar. Das war 3 Dollar. Das war 3 Dollar. Okay. Okay. Oha. Food Sections. Ja gut. Dann brauche ich ja eigentlich 0,25er und einmal 9 Craft oder sowas, was Punkt 1 ist. Die Generale Section, It Knows Chocolate und Food Section. Ich bin am Eingang, okay. Okay. This is nuts. Das war 3 Dollar. Sie will sich nicht selbst sehen. Verpiss dich. Ey, wuff. Le miro. Ich heb mir alles auf, was ich finden kann. Und dann fange ich an, hier gut was zu machen. Wirklich. Sie ist weit weg gerade. Oh, hallo. Hallo? Ich glaube, sie wird resettet. Ich kann nichts mehr annehmen. Es ist nur so viel, was ich annehmen kann. Was ist das? Ach, Batterie. Mäntinence. There are rats in the vents above the electronics exhibit. We can't open the exhibit until the vents are cleaned out, as they are directly above the stage mirror. The vents via the compressor room in the east wing. Go to the mirror in the electronics area. Electronics. Most of the new toys were lost in the crash. Was ist hier alles? She can't stand the sight of herself. I don't blame her but she needs to see the world where what it is. Help her reflect on this. Show her what she needs to see. Okay. Mom was making dinner but now she's in the freezer. By fire dad would sleep all day. I stuffed him in the loading bay. In the attic he had courage. Now my brother hides in the storage. Me I'm fine, I'm good and crash. And since I'm bad I'm lifeless trash. It's a small rounded slot. Oops. It's a small rounded slot. Ach muss ich jetzt Puppmono finden oder was? It's blocked from the other side. I need a coin. Das ist schon ziemlich viel auf einmal ey. Okay. Dann schaue ich jetzt mal dass ich noch ein bisschen essen finde und dann scanne ich das. Wo ist sie denn? Das ist ja schon Bye. Don't trust me don't watch me Lene Einen Spiegel direkt hinter mir, hm? Einen Spiegel direkt hinter mir, hm? Jetzt müssen wir es irgendwie herlocken. Kugeln. Moment. Ich fühle mich so. Maintainance East Wing. Natürlich seid ihr jetzt auch weg, klar. Ich sehe nichts. Jeder hat hier Schiss. Die bewegen sich auch, wenn ich nicht hingucke. Ich habe aber schon gemerkt, dass mir die nicht weh tun. Ich lasse die Puppen also jetzt mal sein. Checkst du das Geräusch aus? I don't know. Es ist nicht meine Schuld. Nein! Nein! Ich habe es bereits. Ich habe es bereits. Ich habe es bereits. Das brauchte ich, oder? Chocolate? Ich glaube hier sind auch die Kassen. Wie viele Registrierkassen sind das? Ach, Maintenance. Okay. Vier Kassen. Und passt mal auf. Vielleicht geht das jetzt. Das ist 75. Das war 25 Cent. Das war 25 Cent. Das war 25 Cent. Das war 3 Dollar. Das war 3 Dollar. Das war 3 Dollar. Mod coin. Sie ist gerade nowhere near. Hier. To be seen. Wo sind die blauen Dinger immer? Okay. Hier brauche ich 12.50. Das war 50 Cent. Das war 2 Dollar. Das war 3 Dollar. Das war 3 Dollar. Das war 25 Cent. Das war 25 Cent. Das war 25 Cent. Zwei Coins. Eins war bestimmt richtig kacke, ne? 15,3. Oh boy. Da brauche ich irgendwas. Das war 2.50. Das war 50 Cent. Das war 2 Dollar. Das war 1 Dollar. Ah, das ist nicht gut. Einen Cent oder so. Oder was hat 30 Cent gekostet? Das ist der Itemscanner. Das war 1 Dollar. Oh Gott. Ich brauche NineCraft oder Itza und Suppe. Und das kriege ich... bei der Food-Section. Ähm... Wir haben Alfredo, NineCraft, Itza und... Alfredo, NineCraft, Itza und... Die Tür zu der East-Wing ist geschlossen. Es funktioniert. Moment mal. Bewege dich. Das haben wir schon rausgefunden mit der Kasse. Oh shit. Da ist ein Spiegel. Da ist ein Spiegel. Oh shit. Es gibt keine Macht. CCTV... Das ist ein Spiegel. Da ist ein Spiegel. Das ist ein Spiegel. Da ist ein Spiegel. So viele Elemente hier. Hier... Sheriff Department. Moment. Wow, Doctor! Couldn't save her, could you? I'm sure you did your best. What can I say? Your best just isn't good enough. I don't know. I can't wait. I can't wait. Scheiße. Dude, can you believe this CCTV crap? Does really have to keep an eye on us all the time? That control-free can probably see me writing this from his office right now. Maybe his former employer stole from his registers? Vitalik's Petrus Peppers Maybe there are some things that are important and hide. Fuck you! Oh my god! Oh my god! Mag der kein Licht? Oh my god! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Warum ist das so groß? Warum kriege ich hier schon wieder Munition? Ach, Kompressor, mir muss irgendwas machen. Du vergattest deine Kompresskarte in der Maschine. I slipped it in your locker again, Ines. Man spinnt. Office Manager, CCTV Hall, Vista from Kompressor. Ich mach die jetzt mal alle auf. Damit wir überall hin können. Okay, gut. Das war also blockt, glaub ich. Genau. Ja, dann müssen wir... Du hast es bereits. Sämtliche Sicherungen rausnehmen. Es hat einen kleinen Kompressort. Oh, es passt. Es hat die Kompressort, aber nichts passiert. Ja gut, ich muss den Strom wieder anmachen, ne? Wo ist hier die Munition? Musik 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 Sie hat Menschen der Pohre. Es ist eine Locked-Locker. Are you kidding me? Oh, Gott. Danke, Dave. Danke, Dave. Das ist kein Ding, Brudi. Alles klar. Danke. Danke schön. Danke schön. Bevor ich jetzt zurückgehe, stehe ich noch mal kurz in die anderen Rooms. Was? Was hat sie für mich? Enduramin. Danke schön. Vielen Dank. Boah, ich freue mich so drauf, wenn das Spiel fertig ist, Mann. Der... Tschüss. Das war nur für die Pils? Wirklich? I don't believe that. Das kannst du keinem erzählen. Wirklich? 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 Was ist das? Aber das ist ja nicht. Wirklich? Nein ... ... Okay, du Fotze, wie der mich einfach zrollt. Ja gut, da war die Punch Card. Bleibt mir jetzt nichts mehr übrig, als da weiterzumachen. Ich möchte noch nichts essen, ich muss erst scannen. Okay, ich mache schon weiter mit der Punch Card. Ja super. Achso, ok. Ja, was will ich denn anhaben? Den Stuff Room möchte ich auch anhaben. Ich brauche den 2, die 4 und die 5 eigentlich, oder? Okay, ich habe mir erst den Compressor Room. Du Fotze. Oder ich mache es mal nacheinander. Offices und Stuff Room. Wo ist die Power Source? Ah ne, ok, Moment. Ich schaue mir nochmal die Offices an. Aber jetzt ging nämlich die Dings wieder. Die Offices brauche ich nicht. Das heißt wahrscheinlich 1 und 4 kann ich jetzt wieder ausmachen. Mach ich wieder 1 und 4 aus. Mach 2, 3 und 5 an. Perfekt so. Ich hole mir mal kurz das im Staff Room. Whatever it is. Oh, ok. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was ich gebraucht hätte. Oder schaue ich mir noch CCTV an. Irgendwo ist hier der Code zu seinem Safe. Oh, Gott. Okay, pass auf. Ach, Moment. Ich muss es einzeln selekten. Durch die ganzen Regalschilder dachte ich stimmt es. Stealth, Health, Endurance und Festheit für alles quasi einmal. Don't punish me bitte. Ok. Interessant. CCTV-weit Strom. Was war das eine wo es noch Strom dafür gab? Ähm. Was war die... Hallway, ok. Es juckt ja niemanden. Gut. Das müsste jetzt hier eigentlich passieren. Das funktioniert. Hey. Hey. Da oben. Nach der Jorke. Dankeschön. Du bist so ein Bro. Das ist ganz stolz auf sich. Das ist so cool gemacht. Oh Gott. Die Frage ist, gibt es doch welche, die dich verarschen. Oh man. Oh man. Nein. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh, das war ja auch. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Ich werde gleich so einen abbekommen. Okay. Wo komme ich hier hin? Du Fotze. Alter. Oh, ich habe es erwartet. Vielleicht hat mir das geholfen. Wo bin ich jetzt? In der Food Section oder was? Nee. Electronics. Ich werde das. Ja. 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 Wie gab es? Was? Ja. Ja. Dad. Ja, geht an. Ehm, mit Lowe, ist das eins für die, was ich brauch? Du, ford, alter, nee. Was das der große Fernseher gleich angeht. Ich bin nicht blöd, Alter. Oh Gott. Das ist aber so geil gemachtes Gamebesitz. Okay, ich muss ihn kaputt machen. So, jetzt schaut die Kameras zu mir. Ja, war klar. Und ich soll den großen Fernseher kaputt machen. Hey, es geht an. Es ist eine Fusebox. Hör auf mich aufzunehmen. Ja gut, ich mach den Großen gleich kaputt. Gut, dass hier oben mal irgendwelche Sachen versteckt sind. Wollen wir gar nicht davon reden, aber... Hm. Ah, es tut mir leid. Oh Gott, no. Ah, es tut mir leid. Warte mal. Warum sind hier überall X? Oh. Ich mach mal alle Kameras kaputt. Vielleicht kommt sie dann erst, wisst ihr? Das ist eine Fuse und keine Battery. Okay. Forget about it. Das ist eine doofe Idee. Andererseits... Der springt noch an. Das würde da nicht so prominent stehen. Weh, ich triggere jetzt irgend so ein Easter Egg, das mich gleich killt oder so. Nee, das war eigentlich hier die Kameras. Ich denke, die Fuse ist tatsächlich important. Hm? Es ist eine Fusebox. Success. I see. Das ist eine Frage. Aber, was weiß ich, was weiß ich nicht? Das war so. Das war so. Aber, was weiß ich nicht? Das war so. Das war so. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Jetzt geht's los. Being judged, being watched, being looked at, these are the things she tried so hard to escape from. They always turned eyes on her. Mein Gott. Komm, ich bin da ein Mann. Ich nehme es jetzt auf mich. Der flusste Fernseher explodiert jetzt. Ich bin da so zu dem Arsch. Oh Gott. Ich weiß, dass der Jump Scare kommt. Ich bin da nicht blöd. Ich bin da nicht blöd. Ich ne Qing! Wir haben damage, eine Oh, okay. Das Spiel ist so gut gemacht. Achso, es tut ihr nur weh. Sie mag das nicht. Ist das gut. Warte, Moment mal. Hallo. Warte, Moment mal. Warte, Moment mal. Warte, Moment mal. Ach, das ist die andere Seite. Gut, dann gehe ich jetzt zu den... Warte mal. Ich muss das Essen jetzt zuerst skinnen. Dann werde ich mich drum kümmern. Moment. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ich brauche eine Klinik. Hey, du hast es. Ignition Key. Es ist ein Klinik, aber nicht für eine Tür. Ich brauche eine Ruhe. Ein Zündschlüssel. Es ist ein klein, roundes Slot. Das funktioniert nicht. 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 Wo könnte ich eine Ignition Key brauchen? Ich muss den Spiegel haben. Den Spiegel haben wir. Oh, ja. Okay, Lady. Brauch einen Dienstdollar. Genau 11 Dollar. Vielleicht ist die eine zusätzliche wieder für eine Pille oder so. Ignition Key. Ich wüsste nicht, wo das ist. Ich werde aber trotzdem nochmal kurz ablaufen. Ablaufen. Ne, hier nicht. Ja, hier nicht. Ja, hier nicht. Ja, hier nicht. Ich weiß, da habe ich kurz. Ja, ich... Das ist, wenn ich mit einer anderen Seite versuche. Okay, ignition key Och, fick dich Boah Das ist ja schlimm, das ist ein random event dann So, jetzt pass mal auf War ja nicht irgendwo mal noch eine Tür, die man aufschließen konnte? Aber so klar Was ist das da, was immer leuchtet? Das sind entweder die Schaufensterpuppen oder irgendwas, was uns hilft Ich esse jetzt mal Das letzte hier, das Emmettloff Da Food, hier muss ich suchen Da muss es doch mit dem einen Dings sein Irgendwas, was noch 10 Cent kostet Ach hier, guck mal Ah, jetzt verstehe ich Hier war noch was Eine Fotobooth gibt's hier noch Jetzt muss ich bloß mal ganz vorsichtig absuchen Ich bin Ich bin Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist echt gut animiert Wie sie abbaut Ich muss nur was neues zu essen finden Ich habe schon das Was willst du von mir, Bitch? Don't judge me! Food Section Da ist das mit dem einen Cent Der 10 Cent Irgendwas stimmt da nicht In der Food Section Nicht General Bedeutet, es muss irgendwo hier sein Weil das hier ist die Food Section Oder ist das schon General? Nee, da steht Food I don't know, Leute I don't know Wenn sie ist ja jetzt nicht unbedingt Eine große Gefahr Aber auf jeden Fall merken Photobooth Und irgendwas, wo ich den Ignition Key reinzunehmen muss Na, Lady Wie wäre es, wenn du das Maul hältst? Ich weiß Ist gut so Oh, das ist eine Abkürzung für mich Das ist eine Abkürzung für mich Ich mag es aber, wie wir vorankommen hier Oh, das wird's up Das ist eine Abkürzung für mich Ich bin ein Abkürzung Ich bin ein Abkürzung Der ist noch nicht kaputt, der Spiegel? Maintenance West Wing Wir hatten vorher East Wing, ne? Hey Boys, ich weiß nicht, wo das Essen versteckt ist, aber ich nehme an, dass ich da sowieso nur ein bisschen, äh, Pillen-Pillenkrieg? Ach, da ist der. Okay, jetzt warte ganz kurz. Ja, dann komm her. Ich sag ganz ehrlich, wenn das fertige Spiel genau so geile Mechaniken hat, wie das mit der Scherbe hier. Das ist es, glaub ich. Das brauchte ich doch, oder, Alfredo? Alfredo Salami. Ich glaub, das hol ich mir jetzt noch, bevor ich in den West Wing gehe. Jawohl, da ist es. Ist ja okay. Ich frag mich, wie oft ich das überhaupt machen darf. Minecraft, da ist das alles, was ich brauch. Dann hab ich jetzt noch genug Münzen für die Phone-Boofe. Hen-Milk. Sehr schön. Dann geh ich jetzt nochmal zurück. Zum Checkout. Das war da hinten. 15,3. Das war ein Wieskanner. Das war 50 Cent. Das war 50 Cent. Das war 4 Dollar und 10 Cent. Das war 3 Dollar. Das war 3 Dollar. Das war 2 Dollar und 50 Cent. Das war 4 Dollar und 10 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 Cent. Das war 1 Dollar. Ich kann mal ein Foto machen. Ich kriege ich dafür nur einen Chumskeer in die Fresse oder so. Das ist ein Konzerflot. Oh Gott, habe ich. Warte. Was? Was? Okay, danke für den Bonus Jetzt kriegt das ja alles Essen Jetzt habe ich noch ein Ignition Key und West Wing, das bedeutet West Wing kann ich jetzt machen Get out! Stop it! Get out! No! 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 The door to the West Wing is locked, there's a success So, neue Sektion Okay Da nicht Da ist eine Puppe gewesen Aber das ist ja eine Puppe nur Da gibt es nicht, ich muss noch vier Puppen finden Die conveniently geplaced sind Ah, okay Right Vor hinten aufgemacht Und Ich werde jetzt ein Verwärter Was machen wir jetzt? Secrets Immerhin sagen sie einem, dass es halt Eine begrenzte Anzahl einfach gibt Oh, meine Fresse Es gibt gleich einen Omega Jumps, gell? Eine Puppe Mamdoll din on 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 o on 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 Es ist locket. Es ist kein Wunsch. Danke. Es ist locket. Du hast es. Es ist bloß das Secret. Und jetzt soll ich hier rüber gehen? Alter Schwede, Alter. Hey. Bist du auch? Autoscooter. Na komm, das war lustig. Oh no. Ja. Miss Virginia Rule. Was if, had issues being seen in public and or seen her own reflection. I see. Determination. I have to admit. Just stab yourself in the gut and still have enough determination to pull out the glass and slice your own throat open. I almost want to stand up and give her a round of applause. Ich hab nur zwei Puppen. Wieso? Wer ist er? Ist er vielleicht freundlich? Wo gehört der Ignition Key rein? Die! Stop it! Jetzt müsste ich das Dollhouse finden. Chil! Chill Hier konnte ich ja nirgends ne Key reinzune Einen kurzen letzten Sweep machen Wo könnte ich n Zündschlüssel brauchen? Hilft mir doch weiter Weil ich brauche ja noch die zwei Puppen Für keine Tür Ja gut Da musste ich auch nicht mehr hoch Wo haben wir denn jetzt eigentlich die Abkürzung aufgemacht? Die müsste schon lange aufgegangen sein eigentlich Naja Gut Uns bleibt nichts übrig Müssen wir doch langsam mal sputen hier alter Ich kann nicht ewig am Stück aufnehmen Wir wissen nur hey hier direkt ist jetzt nix Ignition Schlüssel Ja 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 Es gibt halt eine Sache die ich noch nicht gesehen hab wahrscheinlich Ich Ja 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 Ford Weil ich dann wieder zurückgehen soll Schon klar Okay, noch 500 Gigabyte frei. Ja, der Gate keeps getting stuck shut. Hast du bis zum Sort of Electrical Function? In any case, remember the Forklift Trick? Should do it. Gabelstapler. Bring the Puppe in there, okay. The Forklift Trick. Gabelstapler. There is something blue. I don't like that. It's the Ignition Key Locker. Oh, success. Cooler Trick. I already have that. Oh, my God. Oh, my God. Das ist weird. Was für eine weirde Shooting-Mechanik. Vor allem ist die Maus auch extrem schwammig. Aber egal, das ist mir sympathisch. Das Wichtigste. Oh shit. Taking statements from co-workers and shoppers, it seems Miss Rule had a panic attack which resulted in the accidental breaking of a mirror. Due to the mishandling of the situation made people around her at the time, a quick escalation resulted in Miss Rule taking her own life using a shard of broken mirror glass. There is no evidence of foul play, though I suspect she might have been in relations with a staff member named David. So we'll go back for questioning. Okay. Ich hab grad Steps gehört, jetzt ist wieder einer hinter mir, oder? Ja, du, ich, ich zieh dich die ganze Zeit. Man hört immer in dieser kleine... Spacki hier mal angelaufen. Kommt, da war er schon wieder. Müllraum. Ja, aber gut. Es fehlt noch der eine in den Regal. How dramatic. She did call herself useless. I don't know why you're so surprised. Hi. Er hinterher lässt uns notizen. Es ist für mich irgendwie... Ich weiß nicht. Irgendwie schaut er gar nicht so böse aus. Da ist die letzte Puppe. Die dead doll. Da ist sie schon wieder, oder? Nee. Da ist sie schon wieder, oder? Ich hab keine items mehr. Aber nur noch die Puppen und den Zettel. Das Puppenhaus, okay. Und der East Wing. Das ist die Tür, okay. Das war der Shortcut, den ich meinte. Also. Mom was making dinner, but now she is in the freezer. Where is the freezer? We'll get to the room. Was ist jetzt besser? Bei fire. Dad would sleep all day. I stuffed him into loading bay. Okay. Okay. In the attic he had courage. Now my brother hides in storage. Don't know, is this storage? It's a small rounded slot. I've placed the brother doll. I'm fine, I'm good and crash. And since I'm bad, I'm lifeless trash. Why crash? Brother crashes garage. It's a small rounded slot. I've placed the daughter doll. It's a small rounded slot. I've placed the mom doll. It's a small rounded... I've placed the dad doll. Mom was making dinner, but now she's in the freezer. Okay. Pass auf. Mom was nochmal. Wo war die letzte jetzt? I'm fine. Then crash and since I'm bad, I'm lifeless trash. It's a small rounded slot. I've placed the daughter doll. Well, she had to go around, right? And in the attic he had courage. Now my brother hides in storage. It's a small rounded slot. I've placed the brother doll. By fire. Dad would sleep all day. I stuffed him in the loading bay. I don't know. I don't know. Like, is this always the opposite? It's a small rounded slot. I've placed the mom doll. It's a small rounded slot. I've placed the mom doll. Da ist ein Loch drin, Crash. Sollte ich es nicht so wörtlich nehmen? Oder hat sie die Mutter umgebracht? Hallo, kannst du mir helfen, Dave? Ich check's irgendwie nicht. Was ist, wenn ich's wörtlich nehmen? Mutter macht Dinner, but now she's in the freezer. Das ist eine Gefriertruhe. Das ist eine kleine Rundung. Das muss ja der Storage sein, mein Bruder. Und sie hat sich gekillt. Wenn du nicht die ganze Zeit reden würdest, wär's glaube ich nicht so nervig. Was ist mit dem Vater? Bruder muss ja in Storage sein. Das ist eine kleine Rundung, ich place die Mom-Doll. Den Crash, ich place die Mom-Doll. Den Crash, ich place die Mom-Doll. Das ist eine kleine Rundung. Das ist eine kleine Rundung, ich place die Mom-Doll. Ich place die Mom-Doll. Ich place die Dad-Doll. Ich place die Mom-Doll. Ich place die Mom-Doll. Ich place die Mom-Doll. Ich kann grad nicht so lange am Stück aufnehmen, sonst würde ich mich nicht jetzt durchforcen. Ich mach hier kurz einen Schnitt. Und dann mach ich die richtige Solution. Ich bin wieder back. Das Puppenhaus hat sich geöffnet, bevor ich irgendwie wieder aufnehmen konnte. Ich hab's jetzt mal wörtlich da reingestellt. Es ist ja viel zu kompliziert. Mutter, Vater, Küche Ich glaube Das Mom ist leading Weil Mom was making dinner But now she is in the freezer Weil sie sie gekillt hat vielleicht doch Also tot By fire, Dad would sleep all day I stuffed him in the loading bay In the attic, he had courage Normal brother hides in storage Crash, sind sie am bad Im Life is trash Die waren schon wörtlich gemeint Die Urte wahrscheinlich Allerdings Hat sie nur mit aufgeschrieben Wo sie wahrscheinlich dann die Leichen Von der Familie versteckt hat Das war also einfach nur misleading Naja Was ist das hier Spielzeug Area T Was ist zum Zweifel H H E T E 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 Hier ist der Spiegel Hated Okay Hated E 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 Du wirst du sterben, mein Lieber, wenn du nicht in der Bordung dieses... ...möchentliches... Du musst, du musst dich behalten über dich und finden einen Weg zurück. Ich werde dir helfen, wie möglich. Jetzt, konzentriert. Wer könnte ein paar Antworten haben? Ich... Ich weiß nicht. Das ist so wunderschön. Patience, Desmond. Patience und Grace. Und noch mehr Copyright, fuck off. Verpisst dich, verpisst dich. Verpisst dich, nein. Boah. Okay. Fertiges Spiel wird auf jeden Fall gekauft. Danke für das Spiel. Oh, die Video-Demo. Schöne Paranoien, get instant access to your stuff. Developers Fireside Chat Video, Exclusive Concept Art, Zoom Backgrounds und Wallpapers. Pictures of Cat. Nein, vielen Dank. Absolut cooles Spiel. Ich hätte jetzt ein bisschen frecher erwartet, die ganze Zeit, so wie in Alpenhouse 2. Aber, die machen hier wirklich ein ernsthaftes, geiles Horror Game. Aber wenn wirklich jedes dieser Tapes so was hat, wie das mit der Scherbe im Supermarkt. Und das so eine längere Puzzle-Section ist. Absolut geil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe mal, ich habe bei den Rätseln nicht zu viel rumgetrödelt, aber... War richtig cool gemacht, dieser Supermarkt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Game. Haut rein.